Er bremst doch nicht, du scheiß Ding. Ja, ganz easy was nicht. Aber machbar. Nein, dich nehm ich nicht auf. Du Triggerino. Ich ne Flöte, nein. Das ist schon mal gut. Scout. Okay. Damit der Scout bin ich gerade echt gut ab. Ja, das Ding ist, die hat zwar nicht viel Damage, aber die gute Feuerrate, die Rückstoß. Die hat unglaublich hohe Feuerrate tatsächlich. Und wie gesagt, das ist halt Lighthammer, das ist halt auch ohne Ende davon. Alter, die Zone. R99. R99, hör die Kult. Oh, du hast es nicht gedipst. Du hast es nicht gedipst. Die sind, jetzt könnte ich mir das noch geben. Hallo? Hör mich da rüber. Machst du die? Ja, die ist irgendwie, hat die gerade gut funktioniert. Okay. Ich finde die unglaublich schrecklich tatsächlich. Ich habe hier um noch 20 Energy Ammo gelassen, Marvin. Auf dem Dach. Energy Ammo hier. Ach. Ich habe da keine Energy Ammo mag. Irgendwann keine Ammo mehr für das Ding. Ich nehme mal was anderes mit. Einfach nur. Wenn mir das schon ein bisschen zusammen geht. Also ich brauche Light. Kein Lighthammer mehr gesehen. Okay. Ich brauche einen Barrel-Mod. Jungen müssen noch ein Level-2-Helm. Helmet hier. Level-2-Helm. Gotta hopp up here. Choke. Uh. Extended Light Mag here. Level-3. Ja, du kannst mir das mitnehmen, aber ich bin gerade nach hier ganz hinten gegangen. Kennen wir euch. Yikes. Gotta hopp up here. Go, Pier. Brauch der Heavy Ammo von euch? Ja. Ich kann das nutzen. Brauchen? Nein. Ich kann das nutzen. Ich kann das nutzen. Ich kann das nutzen. Sniper. Standard-Stock hier. Level-2. Hm. Machen wir das mal. Extended Heavy Mag here. Level-3. Gotta hopp up here. Skullpiercer. Cancel that. So. Braucht Light Ammo. Jede Menge Light Ammo tatsächlich. Hört sich nicht. Einen Stack habe ich davon. Ich habe ihn abgeben können. Ich schmeiße ihn mal hier hin. Ich bin auf dem Weg. Heads up. New Kill Leader. Dibs. Optics hier. Close Range. Hier dibs. Close Range Optics hören wir auch noch. Habe ich schon geklaut. Thanks. Alles schon. Werds. Hast du den schon gescannt auf jeden Fall. Okay. Wir müssen sehr weit. Wir sollten uns in Bewegung sitzen. War noch hier irgendwas, was ich brauchte? Ich weiß es nicht mehr. Das leichte Magazin heißt du das? Du brauchst die Body Armor noch. Das leichte Magazin. Ich auch hier. Ah, super. Ich brauch noch einen Sniper Scope. Same here. Du kannst es einfach rüberziehen, wenn es nicht in die Scout soll. Äh, ich hole noch mal eben... Ja, das nehm ich mir. Sieht aber gelootet aus. Ihr war glaube ich jemand, obwohl er noch übel viel liegt dafür. Aber wir haben eigentlich Lifeline und Pathfinder. Wir können ziemlich lange... Ja, ich habe mir hier zwei Spritzen hingelegt. Ich will mich lange looten. Achso, ne, da gehe ich jetzt nicht zurück. Hat er eine Devotion? Willst du einen Turbolader haben? Nope. Die... Devotion? What the fuck? Turbolader. Gegner bei mir. Die Devotion. Die Devotion ist eine Energy Weapon. Energy LMG. Giener Spinner. Hier sind die Leute bei mir drin, ne? Ja. Och, kommt schon. Wie ist mich mit drei Hits immer down? Das ist doch kacke. Ich bin oben auf dem Dach und down. Aber relativ safe. Oh fuck, das ist hier um mich herum explodiert. Hier fucking hell. Unter uns. Ist hier direkt unter uns. Reingenockt. Probier ich, ich kriege da noch. Ah, ich da oben. Auchgedaunt. Ist bei mir. Ach, er finischt dich ernsthaft noch dafür. Nehmt mich mit. Nehmt mich mit. Das war der Champion? Ja, glaube ich schon. Ich bin ganz schön bad dafür, dass der irgendwie die 4000 Damage gedöhnt hat. Da ist auch direkt so ein Beacon. Ich weiß nicht, ob das noch. Ne, nicht hier retzten. Wir müssen da rein. Erst mal. Irgendwo ein Ballon in der Nähe. Wir haben Pathfinder noch. Also ich kann was stellen gleich. Kann ihr seid jetzt extrem weit ausbringen. Ja, ich kann wieder was stellen. Äh. Ist das denn da für eine Markierung noch? Ist das noch ein Drop? Ich kenne ich genau. Rebirth Beacon. Ach, der Rebirth Beacon. Aber nicht außerhalb der Zone, würde ich sagen, oder? Ja, das lohnt sich nicht. Müssen weit, weit laufen. Der sieht halt so komisch gelb aus. Das ist voll weird. Hm, ist das wegen der Zone. Ja, ich weiß schon. Deswegen habe ich mir nicht gewusst, ob das ein Drop ist oder was anderes. Wie viele Sirenches hast du noch? Sirenches? Hier. Ne, wie viele du noch hast? Vier. Achso, vier. Ich habe schon hier. Ich habe aber noch ein großes Map-Kit. Also das nehme ich jetzt auch gleich. Ja, dann mach das. Also die nächsten sind... Bei Bridges ist einer kurz außerhalb der Zone noch. In den Canyons ist eine Response-Zone. Wie gesagt, wir nehmen den. Ich fliege erst mal ein Stück. War dann... Minzler war ein Ballon, glaube ich, oder? Hm, ich habe den Trick verkackt. Stupid. Übrigens muss nicht derjenige, der es aufgehoben hat, die Leute wiederbeleben, ne? Kann jeder aus dem Squad dann. Ziemlich witzig. Du musst halt nur halt die... ... an den Dingen kriegen. Ja. Witzig hat er mich halt nur gefinisht. Ich weiß auch nicht, warum er mich gefinisht hat, der Sack. Er holt es einfach nur. Statt Vincent hatte ich halt tatsächlich. Deswegen bin ich mich gar nicht so reingepuscht. Hast du ihn gerettet, Schott? Ja. Ich respawne gerade. Ja, die ist aber auch geparty't worden. Ist hier irgendwo Loot? Hier unten sind Kisten. Und sonst liegt das, glaube ich, auch noch ein bisschen Loot rum. Kisten sind gut. Ja, in den Kisten ist aber nicht viel. Liegt noch eine Peacekeeper mit rum. Warte mal, ich denke, das hier mal ein bisschen, ne? Heilung. Ja, das ist echt geil. Beschleuniger. Ja, ist schön. Ich habe hier ein paar Sekunden wieder eine Ult. Was macht denn der Bot da? Er ist gerade ganz schön verabschiedet. So, wir müssen trotzdem noch ziemlich weit. Man soll halt loslegen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich habe jetzt ein bisschen Basic-Kippe. Ich habe ein Alternator oben. Nein! Und eine Peacekeeper. Ich bin runtergefallen. Die Tür ist da. Zug ich dir da noch rein. Vielleicht ist da noch was drin. Oh, da ist ein Gegner drin. Aber das ist... Ich habe dir da noch was drin. Hey, hier. Hier, 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 hier. Hier, hier, hier. Komm. Spot das einfach. LOL. Wieso waren die denn hier und haben das nicht? Hey! What the freaking hell? What the wrong with you? Hier ist noch ein Blau-Schild. Oh, Buddy-Schild. Ja, und dann hast du zumindest auch Blau wieder equipped. Wir müssen aber langsam mohren. Wir müssen wieder ein Market vorbei. Ich habe jetzt noch einen Sniper-Skop und Lila. Das ist sick. Lila-Sniper-Skop, brauchst du das? Nö, ich habe keine Sniper. Äh, take that. Der Dude, das ist halt einfach komplett auf. Also, der Gegner? Ey, Mann, wir tauschen das gleich. Wir tauschen das gleich. Wollen wir an Market vorbei, hinten? Sniper. 10 Sekunden nach dem Ring. Es ist zumindest nahe. Entscheide einfach. Ich würde lieber hier an Market, dass ich nach Süden laufen. Ich denke, wir haben hier ein bisschen bessere Deckung. Und laufen nicht komplett offen rum. Aber ja, trotzdem die Gegner reinlaufen, mehr oder weniger. Ist hier nur noch Market gucken sollen, oder? Naja, normalerweise landen da Leute. Äh, das ist laufend Gegner. Und da wird auch geschossen auf die tatsächlich, die da rumlaufen. Ja, von links oben direkt. Hab ihn genockt. Ich muss mal mein Ding jetzt aufladen. Oh, ich kriege Granaten. Oh. Er ist hart gedamaged. Ist mir downed. Da vorne irgendwo. Einer hat den gefinished, den ich gekillt hab. Vor allem anderen Spot. Ist gefinished. Zone. Ja, Zone kommt. Ich hab schon damage und hier wird noch übelst gefightet. Ja, die sind da. Wir sollten jetzt ein bisschen mehr rechts hingehen. Da sind Gegner. Und die heilen. Da sind Gegner. Hier laufen Gegner. Ich lauf kurz außerhalb der Zone, das ist safer. Ich muss nackern. Ich hab noch einen Shotgun-Amo. Ich bin hier. Ja, da haben wir ja mal Party gemacht. Oh, Light-Amo. Äh, kann die welche geben gleich? Aber die waren nur gefinished, ne? War nicht der letzte, oder? War nicht instant down. Meines Wissens. Ich brauche heavy ammo. Ich hab Light-Amo ein bisschen hingeschmissen. Hier ist hier einer. Ist hier im Portal gesetzt. Hinterher gegangen. Ich auch. Ausgenockt. Hier bei mir, hier bei mir, hier bei mir. Vielleicht nicht bei dir. Hier bei mir, ich werde bedroht. Aber müssen Sie das Portal zurück, oder was? Ja. Ich nehm mich zurück. Bin dabei. Ist da oben. Wir haben aber eine richtig schlechte Pose, wenn wir hierbleiben. Ich würde gerne erst ein Stück hochgehen. Die sind hier oben, ne? Ich geh aufs Haus einfach. Ich seh niemanden mehr. Gebt mir in den Shields. Sind, glaub ich, da angelaufen. Ja, sind da angelaufen. Laufen hier hoch. Ich habe keine Nades mehr. Das nervt mich so hart. Ich will einfach nur Zeit finden. Einer ist super low. Finished. War der letzte von dem Squad. Ich habe nicht mehr lange, ne? Ja. Wir müssen zum Glück auch nicht so weit. Oh Gott. Ich muss auf jeden Fall viel heilen. Ich brauche noch Heavy Ammo unbedingt. Habe ich nicht. Habe ich nicht gehabt. Hier ist Heavy Ammo drin. Ich muss mal rein. Ja. Vielleicht so links. Ah, ich geh einfach links. Oh Gott. Sprint. Kannst du uns mal eine Ult auch wieder setzen? Ich weiß nicht, ob wir das wirklich wollen. Hier ist alles zu. Und da wird gefeiert. Und da ist auch ein Drop. Und da kommt eine Ult und alles. Ja, direkt vor mir hier. Nah dran, oder? Genockt. Ja. Ich wollte es noch warten. Also es muss noch mehr sein. Die habe ich hinten runtergesprungen. Guck's rein mit. Ich follow. Ich habe ihn gefinished. Da unten sind noch Gegner. Auf offenen Feld. Da waren zwei. Da waren zwei. Einer muss hier nah dran sein an uns eigentlich. Da rechts sind aber auch noch Leute. Ja, lass mal lieber rechts hier clear versuchen. Ich sehe nicht von wo. Da rechts an der Mauer da sind die. Ganz hinten da rechts an der Mauer. Hier ist noch ein Digital Thread. Und was ist da? Und die gibt ein goldenes Visier. Oh shit. Die haben eine, die Bauschen. Ich bin noch in den genockt. Ich bin auch ein genockt. Hinter uns ist einer genockt. Portal gesehen. Hier kommt, kommt euch mal ein Portal. Oh je, ich bin schon wieder genockt. Aber ich komme durch das Portal trotzdem. Weil da geht es durch. Der ist hochgekommen. Portal. Ich bin schon wieder genockt. Wir konnten es dreimal nicht durchs Portal. Habt ihr eigentlich ein Phönix-Kit? Bitte. Alles gut. Ich habe zwei Kills. Ich habe fünf. Braucht ihr Konsummöbelts? Nur ein Phönix-Kit wendern. Fiechner gespottet? Oh Gott. Ich muss mich erstmal nochmal durchheilen. Tatsächlich will ich das eigentlich. Ja, das ist weg für mich. Lass irgendwie anders außen rumlaufen. Wir wollen mal runtergehen und repositionieren. Ja. Mein Tipp. Zuerst wir runter springen hier und dann... Ja, oder wir laufen einfach hier dahinter lang. Dann lass mir hier oben runtergefallen. Na gut, ich bin dran, gehen wir runter. Noch viel runtergefallen. F***. Unfähig bist du. Ja, ey, erstmal versuch ich mich hochzuziehen und hat es mal nicht klappt. Wir repositionen wollen, aber das hat aber keine Deckung. Das muss nur mal aufgestellt. Das war blöd. Ich habe es eh instant wieder. Oder fast instant. Wir müssen aber voll dort drauf zu und die haben die bessere Deckung. Wir sind da oben auf den Häusern. Sind aber nur drei Squads. Kommst du mit mal ran? Ein bisschen. Einer hat gefressen. Jetzt gehe ich länger weiter ran. Hier ist noch einer. Da ist noch einer. Ich habe keine Heavy-Armor mehr, das ist echt scheiße. Ich habe keine mitgenommen. Ich habe hier gute Deckung, tatsächlich. Oh, die müssen wir denn in die f***ing Häuser rein. Oh, da kommt. Was kommt denn da? Ich mache gerade mein Schild. Ich kann meine Ultan setzen, wenn wir schnell rein wollen. Also, die fighten da nicht gegeneinander, ne? Die haben sich wieder nicht im Blick gegenseitig. Ich habe einen fast genockt. Ich kann auch irgendwie da rein. Wir können auch versuchen, links rumzulaufen, ne? Ja, würde ich sagen. Aber hier sind Mauern und alles. Aber ich habe mich auch gefragt, ich kann den Peacekeeper ja den Schock dafür. Ich brauche schon mal einen Schock dafür, dann wäre das nicht gut. Okay, ich habe jetzt ein bisschen. Ich bin sogar in der Zone. Keine Chance, keine Chance. Ich habe hier keinerlei Deckung. Warte. Ich bin ja über die Kacke. Kommen Sie hin, Vincent? Teamwork. F***, ich bin genockt. So, hast du noch hin, Vincent? Wunder. Über mir laufen sie rum. Jetzt halt immer noch drei Squads sind, die hier... ...Marty machen. Ist halt super kacke. Oh. Ja. Am Ende sind wir jetzt gleich unter denen und die kommen nicht mehr runter. Hier kann man übrigens durchgucken. Du musst ein bisschen aufpassen. Wir sind noch da oben. Oh, da kommt eine Ult. Hier darf ich nicht hochgehen. Aber wir können schon mal rübergehen hier unten. Oh, hier ist noch Phönix geht. Da ist noch Heavy Amour. Wurde die nicht hoch? Warum? Die sind dann hinter uns. Wir laufen genau zwischen die beiden. Bin ich der Meinung. Jetzt habe ich noch Heavy Amour, danke. Wenn wir hochgehen. Eine Nade. Habe ich. Make it count. Ich habe zwei Feuer Nades. Ich habe eine. Ja, die sind da oben drauf. Die sind oben drauf. Ja, deswegen. Die haben mich auch gerade gescannt hier. Okay, die bekämpfen sich jetzt, oder? Ich glaube, ja. Wenn sie denn hier auf euch schießen? Ich habe hier sie gegenseitig. Wir kommen da halt. Also wir können hier versuchen hochzugehen, aber wir kommen dann, glaube ich, nicht ganz hoch. Tatsächlich. Ja, die sind hier oben drauf. Ja, oben sind die. Haben sie wieder gescannt? Ja. So, versuchen hier hochzugehen, oder? Die sind halt zwischen den beiden. Das ist ein bisschen das Problem, wenn wir hier hochgehen. Bleiben wir unten. Das ist ein bisschen das Problem. Und die müssen jetzt, die hier, die jetzt, die höchste Position, dann müssen gleich runter. So oder so. Ja. Ich würde nicht, ich würde eigentlich nicht hier drin bleiben. Trotzdem die Türen zu machen. Die laufen über uns lang. Die sind hier. Die lassen sich erst mal wieder kämpfen. Geh ins Nachbarhaus. Ja. Ich könnte, wie lange halten meine Portal an? 15 Sekunden, glaube ich. Einer ist unten. Unten, außen, bei mir. Einer ausgenockt. Sehr schön. Gibt uns einen Vorteil. Jeder hat ausgenockt, der bringt uns einen Vorteil. Ist der ein Finishing? Ja, ich habe mich angezündet. Gefinished. Sicher, sicher. Oh, das war der Kill Leader. Jetzt bin ich Kill Leader. Geben wir die Zonen. Bist du sie sicher? Ja. Okay, na dann. Oh, oh, sorry. Moment mal. Die können auch hochgehen, ne? Ich weiß. Die können auch hochgehen. Von hier oben können wir runter. So, letztes Quad, ja. Ich glaube, der ist auf dieses Haus. Der ist auch nicht. Bist du. Ich bin runtergegangen. Ich muss meine Schild aufladen. Ich bin auf eurem Haus. Der hat keine Schild. Er ist gendockt. Irgendwo ist noch einer. Nice. Der wollte gerade aufheben. Outplayed wieder mal. Ja. Ich bin nicht hier. Peacekeeper mit dem Choke. Holy shit. Ist die geil. Vielen Dank.